Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Chef, du hast doch so viele Rollen zu besetzen. Willst du nicht mal einen Aufruf auf unserem Castingportal machen? Wie alter Hase? Wie Aufruf? Papalapap, für so einen Firlefanz habe ich keine Zeit. Ich muss mich um die wirklich wichtigen Sachen kümmern. Mein neues Filmprojekt zum Beispiel. Da spielt Brett Pitbull die Hauptrolle. Von nichts kommt nichts. Ich hatte doch gesagt, dass ich nicht gestört werden will. Entschuldigen Sie, Herr Otto, nur ganz kurz. Es gibt ein Problem. Brett Pitbull hat die Rolle für den Film abgesagt. Er will sich wohl eine familiäre Auszeit nehmen. Pah, Auszeit, wenn ich das schon höre. Die haben es wohl alle nicht mehr nötig. Diese Allüren stehen mir bis zum Hals. Und die hier, wie will auch keiner mehr sehen? Siehst du, Otto, ich habe es dir doch gesagt. Mach einen Aufruf bei uns. Stimmt, Nela, vielleicht hast du doch recht. Und weißt du was, Otto? Ich schaue einfach mal, was ich da machen kann. Und Nela, ich verlasse mich auf dich. Also, ihr habt es gehört. Hier werden tierische Talente gesucht. Macht ein Video, ladet es hoch und lasst euch die Chance nicht entgehen, eine Tierrolle bei der Ufer zu bekommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017